Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir in Salinas. Wir machen heute zum allerersten Mal Bilder so als Familie. Das heißt, zusammen mit Hayley. Jessi und Hayley sind dort vorne. Die Tante von Jessi ist mit dabei. Valentin hinter der Kamera. Die Leyla ist die Fotografin, die hat ihre Assistentin mit dabei. Und wir zeigen euch ein paar Eindrücke von Salinas. Salinas ist ein wunderschöner Strand im Süden von Ibiza, also direkt neben Ibiza. Das sind eben die Salzfelder, was einfach schon schön ist, da einfach nur vorbeizufahren mit dem Auto. Wir warten nur noch auf dich. Sagen sie, sie warten gerade nur noch auf mich. Ja, da kommt sie auch schon mal, bezaubernde Frau. Schauten und unser erstes Familienshooter. Habe ich gerade schon erzählt. Cool. Hier gibt es nicht nur einen wunderschönen Strand, ganz in der Nähe von Ibiza, sondern es gibt auch hier an diesem Strand super viele bekannte Restaurants und Beachclubs. Geht los mit dem Satrincha. Danach folgt der Jockey Club, total bekannt. Denn Malibu und einer meiner beliebtesten, oder unser beliebtester hier in Salinas ist der Besso. Wir werden euch heute ein paar Impressionen von Salinas geben, von unserem Shooting. Und jetzt fangen wir an. Und jetzt fangen wir an. So, bist du ready? Ja. Fühlt sich gut? Ja. Ja? Ja. Hayley will nicht warten. Hayley will nicht warten. Musst du auf jeden Fall deine... Hayley will nicht warten. Hayley will nicht warten. Wie schön, dass das hier ist. Wenn ihr euch fragt, wo sind jetzt all diese Orte? Dann schaut bei www.halaexperiences.com vorbei. Und im Punkt Experience findet ihr eine Merk. Und das sind all diese Orte im Restaurant eingetragen. Während die alle sagen, oh, wie schön mache ich hier ein Bäuerchen, ne? Ich habe kein Spucktuch dabei. Eltern wissen, was jetzt gleich passiert. Ich glaube, wir holen doch mal schnell Spucktuch aus dem Restaurant. Das sind die wahren Behind-the-Scenes-Momente. Besorgt den Vater, füttert seine Tochter. Nein, die Mutter. Einfach nur gigantisch aussieht. Ist die Mami nicht wunderschön? Aber es sieht sehr schön. Also, Hayley. Hayley ist so ein liebes Mädchen. Also, sie ist so brav. Nicht wahr, Schatz? Wahnsinn. Also, sie macht wirklich alles mit. Und sie ist so, so goldig. Und jetzt schläft sie uns. Ja, wir sind super stolz. Und außerdem schläft sie gerade ein. Hammer. Ich liebe sie. Heute machen wir vor allem Bilder für unsere Familien. Das sind private Bilder. Weil viele von unserer Familie haben natürlich Hayley auch noch gar nicht gesehen. Weil es ist eine besondere Zeit im Leben von Hayley. Klar, das ist jede Woche schon besonders. Aber wir wollten es schon so lange machen, weil sie wächst einfach so schnell. Sie ist jetzt, äh, ja, fast acht Wochen alt. Und das ist unglaublich. Sie hat jetzt schon zwei Kilo mehr, wie das hier seit der Geburt. Und ist schon so viel größer. Und, ja, das muss man natürlich alles festhalten. Und Bilder, die man nur auf dem Handy hat, sind einfach so anders wie Bilder, die man ausdruckt. Und die Bilder, die werden wir alle ausdrucken. Die kleben wir in unser privates Fotoalbum. Diese Bilder bekommen dann Freunde, Eltern, bekommen das dann als Postkarte geschickt. Vielleicht werden wir auch das ein oder andere Bild dann auf Instagram posten. Aber das werden dann nicht ganz so die Privaten. Aber nicht alle werden wir Freunde halten. Seja! Hayley ist eine wahnsinnig tolle Fotografin. Wenn ihr meine Fotografin sucht, ich markiere sie in den Shownotes. Ist vielleicht ein bisschen laut für euch gerade. Salinas, wenn ihr es noch nicht gekannt habt, sollt ihr unbedingt hier vorbeischauen. Das ist ein wunder-, wunderschöner Strand mit super schönen Restaurants, Beachclubs. Und ja, wir werden jetzt noch Valentin hier Cerveza nehmen. Liebe Grüße, also geht's.